Herzlich Willkommen bei Match Me If You Can. Hier ist Frage 1. Wer von euch beiden kommt bei den Mädels besser an? Punkt. Frau. Ich bin ehrlich. Eieiei. Frage 2. Wer hat die besseren Schulnoten? Eindeutig ich. Oha. Zieht man beim Schulabschluss. Frage 3. Wer ist der bessere Trixer am Ball? Frage 4. Wer von euch beiden ist der bessere Sänger? Ba luka. Ob er im Auto ist, ob er es ist. Aber es ist scheiße zum anhören wie er singt. Eieie. Frage 5. Wer ist der talentiertere Fußballer? Frage 6. Wer würde am ehesten durch die Fahrprüfung fallen? Wer hat Führerschein? Ich habe ja nicht angefangen. Du bist noch nie Auto gefahren? Sicher. Frage 7. Wer von euch ist häufiger im Balkanurlaub? Das ist ja der Österreicher. Nein, der stimmt nicht. Frage 8. Wer hat den besseren Modegeschmack? Wenn du da nicht ehrlich bist. Frage 9. Wer wäre der bessere Basketballspieler von euch beiden? Sein Vater war Basketballspieler. Mein Vater. Also auf jeden Fall ich. Frage 10. Wer ist der größere Serien-Junkie? Prison Break. Das ist schon das gleiche. Ich kenne mich aus. Frage 11. Wenn ihr in einem James Bond Film mitspielen würdet, wer wäre der bessere Bösewicht? Du Bösewicht? Ich bin mir sicher. Was für Bösewicht? Du musst es du machen oder was? Dir darf man nichts zutrauen. Frage 12. Wer kommt eher mit dem Fahrrad zum Training? Nein, du fährst immer mit dem Auto. Ich bin sportlicher, Bro. Nein, niemand. Okay. Nur mit dem Auto unterwegs. Wir müssen wieder einen Punkt machen. Frage 13. Wer verbringt mehr Zeit vor dem Spiegel? Das ist besonders auf die Haare. Das ist mir wichtig. Frage 14. Wer trainiert härter für den Erfolg? Bro. Das ist schwer zu sagen. Ich mache es für einen Punkt. Ich mache es für einen Punkt. Ich mache es für einen Punkt. Und Frage 15. Wer wird häufiger vom Trainer ermahnt? Eindeutig, ja. Er hat manchmal keinen Bock und dann kriegt er ein bisschen Anschiss. Und verschlafen ist ab und zu auch Thema. Ja, aber vergangen nicht. Bravo, Luca!